Hallo Leute, hier ist BT, euer Bitcoin Trading Informant. Heute ein deutsches Update für Bitcoin und es gibt natürlich auch ein englisches Update, aber es gibt einiges zu sagen. Wir schauen uns diese Bear Flag an, was bedeutet das, wo ist denn das Ziel von dem Ganzen, wir sind ja noch unten ausgebrochen. Wir schauen uns natürlich auch das Dreieck an, wo ist denn das Ziel von Dreieck, wenn es weiter runter geht und wir haben einiges, das wir heute kurz besprechen müssen. Also Leute, es wird ein interessantes Video, es wird sicher sehr spannend, ich verspreche es euch. Los geht's! So, mal der kurze Überblick wieder, Quantify, was sagt uns das Ganze über die Kryptocoins? Es schaut echt sehr bescheiden aus. Man muss es echt sagen, Bitcoin, very bearish mit 19,6 Punkten, der Ethereum is very bearish, Binance Coin, XRP, naja, dunkelrot ist das Ganze hier unten sogar, es schaut nicht gut aus, außer Near. Near geht rauf mit 4%, alles andere geht runter. Großer, größter Loser, der Top 20 ist Algo, gefolgt von Shiba. Shiba lässt auch mächtig Federn, ist jetzt minus 12%, dort geht auch mächtig runter. Es schaut eigentlich herzzerreißend schlecht aus, muss man echt sagen. Leute, ihr besucht meine Livestream, ihr wisst ja, ich bin live, 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit diesem Livestream auf YouTube und auf Twitch. Der Name ist Bitcoin Trading Informant und ihr seht hier wirklich alles, links unten immer die aktuelle TA, ihr seht hier die Signale. Verkaufen war hier angesagt, kaufen ist sehr wenig angesagt momentan. Im Tagesgeschehen war da oben der Sell bei, sagen wir mal, irgendwo bei 40.000, bei sehen wir schon lange keinen momentan, es geht mächtig runter. Hier ist der 4 Stunden Chart, auch hier schaut es schlecht aus, also summa summarum schaut es gar nicht mal so gut aus. Im 15 Minuten Chart sogar sind wir auf Sell, es ist alles momentan böse. So, gut, liebe Grüße an Higgy, an Prime und an alle Leute, die hier sind, Morgadex, Silver, liebe Grüße vom Bitti gehen raus. So, wie schaut es denn aus mit der Price Prediction von Coin Codex? Die schaut nicht gut aus momentan. Wir haben die Price Prediction, die jetzt immer weiter runterzieht, auf 33.300, weiter runter, hier sogar mal auf die 32.000, bearish ist alles. Wir haben extreme Angst im Markt, extreme Fears im Markt und wir haben natürlich nur 16% Bullish und 84% Bearish. Die ganzen Indikatoren sagen ja, Achtung, Achtung, es geht nach unten, das zieht natürlich auch den ganzen Kryptomarkt runter alles. Und wir haben die nächsten großen Supports nach unten bei 33.300, 32.700, 31.600 großen Supports, großen Widerstände nach oben, 35.000, natürlich, psychologisch, 36.000, auch psychologisch. Und der stärkste Widerstand ist 36.600. Wenn wir uns jetzt mal so anschauen, wie geht es denn die nächsten Tage weiter? Ja, ein bisschen gemischt, ein bisschen seitwärts, sagt uns der Price Forecast, bin mir da nicht ganz so sicher, aber ist halt kein Codex. Und wenn wir auf Show More gehen, könnten wir mit der 8. Juni die 40.000 wieder erreichen. Bitte mit Vorsicht zu genießen das Ganze, ihr wisst, das meiste funktioniert nicht immer, stimmt nicht immer, stimmt meistens sogar nicht. Aber es ist immer wieder interessant anzuschauen. Das gefällt mir auch hier anzusehen. Es gefällt mir wenigstens das anzusehen, aber das ist dann auch schon alles. Der Bitcoin Rainbow Chart, wenn wir uns den so anschauen, sehen wir, wir sind runtergetaucht in unseren Accumulate, in diese Phase, in diese Dunkelgrüne. Wir waren ja noch auf Stillcheap, auf dieser Hellgrüne und sind jetzt richtig mächtig runtergetaucht auf Accumulate. Wir kommen dann beim nächsten Punkt auf diese Buy-Phase und ihr seht schon, diese Buy-Phase ist dann irgendwo so bei 27.000. Und das ist auch ein großer Support, schauen wir uns dann auch gleich an. Und dieser Fire Sale da unten ist bei 21.000. Weiter runter sollte es nicht gehen, laut diesem schönen Bitcoin Rainbow Price Chart. Auch was anderes sagt uns, dass es vielleicht nicht viel weiter runter geht, das schauen wir uns dann auch gleich an. Aber, wäre eh weit genug, muss man nicht sagen, aber Candlestick Patterns, da habe ich euch auch beim letzten Video gesagt, Achtung, Tageschart, Achtung, hier. Ein Three Outside Down Bearish Reversal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn sowas Böses kommt hier, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es wirklich weiter nach unten geht. Was sagt uns der Whale Chart? Und da hat uns der Bitti, der Angry Higgins auch ein schönes Kommentar dagelassen. Er meint, er ist nicht so begeistert von diesem Whale Chart. Könnt ihr euch mal gerne in meinen YouTube Kommentaren nachlesen. Vielen Dank, Higgi, immer wieder für deine tolle Arbeit hier auf meinem Kanal. Einer meiner Main Moderatoren, einer der, was immer wieder da ist und immer wieder online ist. Aber, was ich jetzt euch sagen muss, ich zeige es euch trotzdem. Diese Whale-Mappe, wir sind jetzt gerade hier. Wir sind jetzt gerade hier, wo die Whale angeblich laut dieser Whale-Mappe, das sind Whale, die mehr als 10.000 Bitcoin haben, traden, jetzt gerade am Support sind und jetzt gerade laut dieser Whale-Mappe warten auf einen Einkauf. Ihr seht da unten weiter sind natürlich die nächsten Whale, die ein bisschen kleiner sind. Kleinere Whale, Baby-Whale und die liegen hier irgendwo beim Einkauf zwischen 27.000 und 25.000. Aber jetzt sind wir mal hier und ihr seht auch schon, wenn wir hier weiter rausgehen, wir haben schon seit langer Zeit, seit langer Zeit diese Whale, diesen Wahl-Support nicht berührt. Das letzte Mal war es hier unten, das war wirklich am 13. März 2020, wo wir diesen großen Tipp nach unten hatten. Ja, jetzt sind wir momentan mal auf den ersten draufgeschlagen. Hier, das Interessante ist, sind wir auch schon mal draufgeschlagen am 21. Januar 2022. Jetzt schlagen wir gerade wieder drauf und wenn wir hier zoomen und zoomen und zoomen, sehen wir aber auch schon, wir schlagen nicht nur rauf, wir sind sogar schon leicht darunter. Also es ist hier wirklich auch von dem her gesehen brandgefährlich. Jetzt aber mal zu unserer Bitcoin-Analyse. Es gibt jetzt mehrere Dinge, die wir beachten müssen, deswegen auch ein deutsches Update. Was denn eigentlich? Zuerst mal, wir hatten einen wunderschönen parallelen Kanal. Leute, es ist der Tagesschart, jede Kerze ist ein Tag. Wir hatten den wunderschönen parallelen Kanal nach oben, haben den jetzt nach unten durchbrochen. Katastrophe. Katastrophe, Granditzka kann ich euch sagen, ist überhaupt nicht gut. Wir haben, machen wir den MSED mal ein bisschen kleiner, den brauchen wir momentan nicht. Wir haben das Dreieck hier, das wir gezeichnet haben, auch nach unten durchbrochen. Katastrophe, Granditzka brauchen wir nicht darüber reden. Schlimm, wir haben einen Abwärtskanal und sogar den Abwärtskanal haben wir nach unten durchbrochen. Also da verschlägt man schon mal die Sprache. Katastrophe, Granditzka, ganz schlimm. So, was ist jetzt hier noch? Wir haben hier den Fibonacci und der Fibonacci, auch den haben wir nach unten durchbrochen. Es ist also das letzte Tief, das wir hatten, wo ich euch gesagt habe, Leute, da sollten wir eigentlich nicht runterplumpsen. Das wäre ganz schlimm. Das war hier bei dem Fibonacci. 0.0.0 Fibonacci bei 32.8. Wir sind jetzt bei 32.7. Auch das biken wir gerade runter. Das heißt, wir haben ein neues Low. Wir haben einen neuen Tiefstand jetzt schon erreicht. Katastrophe, Granditzka. Ja, okay. Das sind schon mal sehr viele schlechte Geschichten, die hier passiert sind. Jetzt ist natürlich noch etwas passiert. Wir hatten eine Bärflecke. Ich habe das nicht so ganz am Schirm gehabt, aber ja, wir hatten die. Und zwar hatten wir hier einmal, wir können es eigentlich so machen, einen schönen kleinen Aufwärtskanal, den man auch als Bärenflagge hier so betiteln kann. Was ist passiert? Wir sind hier von oben runtergekommen, haben uns dann hier in diesem Kanal etwas nach oben und nach unten gehandelt. War eigentlich immer super, wieder unten einzusteigen, oben auszusteigen. Haben es aber hier leider nicht geschafft nach oben und sind nach unten durchgebrochen. Das heißt, diese Bärenflagge, die wir hier haben oder hatten, ist nach unten ausgebrochen. Und das schaut momentan gar nicht mal so schön aus. Große Frage ist nun natürlich, wie weit geht das jetzt runter? Das ist ein Pattern. Eine Bärenflagge, eine Bärenflagge ist ein Pattern, das nach unten ausgebrochen ist. Das ist ein bearisches Pattern, wissen wir auch, ist nach unten ausgebrochen. Und jetzt checken wir schnell gemeinsam, wo könnte die Reise hingehen. Also eigentlich ganz einfach von hier oben, vom Start, der Bärenflag, nach hier unten. Diese Linie, eigentlich, wenn wir es ein bisschen genauer machen möchten, nach hier hin. Und das wäre jetzt auch genau die Geschichte, die jetzt, und das ist jetzt die große, große Frage, hier unten anzusetzen, wäre, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Leute. Bitte schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr das besser wisst. Ich glaube, dass diese Linie vom letzten hohen Punkt von oben nach unten geht und unser Ziel hier nach unten markieren würde. Ich glaube, da sie hier reingeht, geht sie auch von hier oben weg. Bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, schreibt es vielleicht in die Kommentare rein. Ich trade die Beerflags nicht so oft, ich schorte ja nicht, deswegen wisst ihr ja, Leute. Aber wenn das Ganze jetzt so hier runter geht, so wie hier gesehen, wäre das so circa mal über den Daumen, so bei 23.000 plus mit dieser Beerflag. Also Leute, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst, wenn ihr mir das besser sagen könnt. Aber meiner Meinung nach wäre hier unten jetzt mal Schluss damit. Was natürlich aber jetzt noch dazu kommt, ganz, ganz wichtig. Ihr seht schon, wir hatten ja hier eigentlich einen riesengroßen Support. Hier, von hier nach hier, riesengroße Supportzone. Da sind wir schon öfter wieder mal draufgespiked, draufgespiked, draufgespiked. Und das ist jetzt natürlich auch ein Support. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt bei 29.000 eventuell mal eine größere Reaktion sehen werden. Denn wenn wir auch die Nacht nach unten durchbrechen, dann sind wir recht schnell unten auf 23.000. Da ist jetzt natürlich nicht ganz so viel inzwischen los. Da können wir recht schnell runterbrechen. Was ist noch da unten bei 23.000? Das seht ihr hier ganz schön. Auch hier war der Versuch da, nach oben hin auszubrechen. Das können wir auch so als kleinen Support einzeichnen. Ein Support ist immer eine grüne Sache. Das ist auch so ein Support. Also irgendwo da bei 24.000, 23.000 sollte meiner Meinung nach jetzt mal ein ganz, ganz großer Support sitzen, bevor wir da weiter durchbrechen. Und ihr wisst ja noch immer, das habe ich euch auch schon immer in meinen Videos gesagt, ich sehe nach wie vor hier dieses M-Pattern hier bei uns. Ich sehe nach wie vor dieses böse M-Pattern, das hier nach unten ausbrechen könnte. Da sind wir momentan auch noch unten ausgebrochen. Und ihr wisst immer, der Startpunkt von den M-Pattern ist das Ende 10.000, 11.000 durchaus möglich. Warum nicht? Eines aber ist noch wichtig. Das ist unser letzter Punkt hier. Und zwar der da. Der ist eigentlich ganz wichtig. Das war nämlich unser letztes Hoch, das wir hatten. Eines war bei 19.800. Und auch hier ist meiner Meinung nach eine Linie zu ziehen, die es im Normalfall nicht zu unterschreiten gilt. Statistisch gesehen haben wir bei den meisten Jumps nach oben nie dieses Hoch durchbrochen nach unten. Das ist so eine Sache, die wir jetzt beobachten müssen. Also so summa summarum mal, ja wir sind nach unten ausgebrochen, ja es schaut schlecht aus, ja die Bierflecke ist nach unten gegangen, ja das Dreieck ist nach unten gegangen, ja der parallele Kanal ist nach unten gegangen. Alles ist nach unten gegangen, es schaut nicht gut aus. MACD, schaut euch den mal an. Schaut natürlich auch böse aus, wir bauen hier richtig nach unten die Balken auf. Was mich aber noch mehr interessiert, ist momentan hier der Money Flow Index Indikator. Auch den checken wir mal kurz. Also schon, Money Flow Index Indikator. Ja, der hat schon noch ein bisschen Luft nach unten. Ihr seht schon, wir waren hier überverkauft, 12 Punkte, der hat ein bisschen Luft. Wir sind hier momentan bei 27 Punkten, alles unter 20 ist überverkauft. Da kann es schon noch richtig nach unten gehen, Leute. Also ich bin ja nicht so gut zur Hoffnung. Jetzt natürlich noch mit dem letzten hier, dass hier vielleicht nur so ein bisschen Support ist bei 33.000. Die Wahlen sind auch da, ja okay, aber es schaut echt ein bisschen böse aus. Es gefällt mir momentan echt gar nicht gut. Schauen wir mal kurz in die Woche rein, was geht hier so ab. Bei der Woche sind wir auch hier von unten schön nach oben gegangen. Aber, wenn wir den Money Flow Index Indikator anschauen, seht ihr schon hier dieses Dreieck, das wir aufbauen. Und wir gehen auch hier runter. Wir bauen tiefere Tiefs, das seht ihr auch hier ganz böse. Natürlich können wir jetzt nochmal richtig runter gehen in der Woche. 29.000, why not? Da können wir ganz leicht mal hinkommen. Es ist momentan echt brandgefährlich. Leute, ich gehe gar nicht ins Detail, Leute, was hier so abgeht. Das ist mal so ein schneller Überblick auf Deutsch beim Bitcoin. Ich bin jetzt nicht so am Bottom, am Boden jagen, wie ich es sonst eigentlich gerne mache. Bottom hunting. Ich bin jetzt momentan ein bisschen geschockt, weil wir eben diesen parallelen Kanal nach unten verlassen haben. Geschockt eigentlich nicht so, weil, ja, geopolitisch, Weltpolitik und so weiter, Entwertung und so weiter. Es schaut echt nicht gut aus auf unserer Welt mit der Ukraine und so weiter. Natürlich schießt hier alles nach unten. Natürlich schießt der Aktienmarkt nach unten. Und natürlich spüren wir das auch beim Bitcoin, gar keine Frage. Vielleicht können wir uns ein bisschen entkoppeln hier, dass die Leute die Anlage suchen. Nicht nur Gold, auch rein in den Bitcoin mehr hüpfen. Das wäre natürlich schon gut. Aber momentan gefällt es mir einfach mal nicht so gut. Aufpassen, es geht jetzt wieder schön nach oben, ein kleiner Pump. Ja, aber summa summarum gefällt es mir nicht so gut. Das war das deutsche Update. Lasst mir einen Kommentar bitte hier, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir rein, was euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr eine gute Idee habt, ob ich diese Bioflake richtig gemacht habe, schreibt es uns bitte auch rein. Ich würde auch gerne lernen. Ich mache das Ganze zwar seit 2016, aber ich kann nicht alles wissen. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, macht es gut, schwingt den Hut. Und ich hoffe, wir sehen uns hier bei dem Bitcoin Trading Informant Live Kanal. Macht mit, Deutsch oder Englisch spielt keine Rolle. Sind für alle Sprachen hier offen. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao, Leute.